Perfekte Bedingungen jetzt. Der Wind hat doch nachgelassen an die 400 Meter Läufer. Die Viertelmeiler haben jetzt den Wind, den sie mögen. So, jetzt geht's auf die Zielgerade. Und Herr Joel von Hummer aus der Schweiz ist vorne für die das lange Champion ab. Hey, was ist denn das für eine Zeit?